Diesmal bei mir zu Gast im Highway TV Rock Blog die Band Head Farmer. Drei junge Herren aus der Obersteiermark, die von sich selbst behaupten, die Porn-Rock-Band Nummer eins zu sein. Jetzt habe ich doch schon relativ viel musikalische Schubladen, Genres gehört. Porn-Rock ist auch für mich was Neues. Was hat es damit denn auf sich? Ja es ist einfach Sex-Trucks in Rock'n'Roll auf einfach ein bisschen mehr Sex über alle anderen zusammen. Was hat es mit dem Band-Namen Head Farmer auf sich? Ja der Band-Name stammt noch aus der HTL-Zeit. Meine Englischlehrerin hat mich damals inspiriert. Die hat nämlich gesagt, wir sollen alles bei ihrer auf Englisch sagen und sie hat halt Schädelpower geheißen und dadurch Head Farmer. Ich habe mir damals gedacht, da ich meine ersten Band-Kollegen aus der Schule gestammt habe, dass das eine super Band-Namen war. Und da haben wir bis heute beibehalten. Jetzt hat sich seit der Gründung 2006 einiges getan. Ich glaube, ihr habt ja schon einige Mitglieder ausgetauscht. Was genau, warum und wieso? Ich habe schon 14 Leute rausgekaut. Sympathischer Kerl. Warum? Was hat nicht gepasst? Passt diese Konstellation jetzt? Habt ihr euch gesucht und gefunden? Das ist jetzt der harte Kerl. Wir holen es miteinander aus und das passt ja so. Wo möchtet ihr so musikalisch hin? Ihr habt jetzt das dritte Album rausgebracht. Was tut sich da und wo möchtet ihr hin mit dieser Musik? Ja, ich möchte auf jeden Fall einmal in Dieter Polen singen und was auf den Tisch legen. Warum? Ja, ich habe da so ein Bedürfnis, dass ich meinen Darm auf seinen Tisch entleere. Interessant. Ich glaube, der Dieter wird sich freuen und hätte mindestens genauso viel für dich übrig. Jetzt zurück zum Album. Was tut sich auf diesem Album? Wo kann man es kaufen? Wo kann man es erwerben? Unser Album gibt es beim Feierendice in Kapfenberg, beim Looney Bean in Kindberg und in der bunten Fabrik und bei uns ist es erhältlich. Musikalisch, was tut sich darauf? Was darf man davon erwarten? Einfach sehr viel Sex und ein bisschen Musik. Gut zu wissen. Ich habe für euch den Wort-Rap vorbereitet. Der wäre die Band in drei Namen, drei Namen, drei Wörter beschrieben. Sex, stark, spontan. Welche drei Alben würdet ihr mitnehmen auf eine einsame Insel? Auf jeden Fall ist Led Zeppelin das vierte Album. Nirvana, Nevermind. John Mayer, Try. Jetzt nehme ich an, diese Herren haben euch dann auch musikalisch inspiriert. Stimmt das? Wo holt ihr euch die Inspiration? Welche Musiker tragen dazu bei? Ja, auf jeden Fall Led Zeppelin, weil es absolut die geilste Band ist. Dann auch Jimi Hendrix und die großen Getristen. Und vom Text hat mir schon immer taugt, wenn Chuck Berry so 23 Minuten drüber singen kann, wie er eine Nacht mit einer verbringen kann. Das ist schon ziemlich geil. Ein Traum, das wünscht sich auch jede Frau. Was haben wir noch? Was nervt euch? Ähm, zickige Frauen. Schlechter Tontechniker. Ja, unprofessionelle Bands, würde ich sagen. Und was macht euch Spaß? Ähm, Foodgänger und Schaß auffielen. In der Band spielen. Ja, eine Mischung von beiden. Was jetzt Pornrock genau ist, was es mit diesem Genre auf sich hat, das sehen wir jetzt bzw. hören wir jetzt. Viel Spaß! 努力 Moia Dich She's hot, but I can't see That she's wanting more from me She's so hot and I'm so cold If I'm a roost Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020